Herzlich Willkommen bei Palace Capital. Unser Thema heute Karriere-Turbo-Jus-Studium und ich freue mich sehr, dass wir den Präsidenten des Juristenverbandes, Dr. Alexander Scheuwimmer, bei uns zu Gast haben. Servus Alexander. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich erinnern, dass ich Matura gemacht habe, wollten viele meiner Kollegen unbedingt Jus studieren, weil sie gemeint haben, damit kriegen sie sicher einen Job und ein super Gehalt und werden eine super Karriere machen. Ist das heute auch noch so? Ohne dir nahe treten zu wollen, lieber Florian, einiges hat sich geändert in den letzten Jahren. Es sind nicht nur die Zahlen enorm in die Höhe gegangen, was die Jus Absolventen und auch ihr Gehalt betrifft, sondern die Rahmenbedingungen sind heute ganz andere als noch zu Zeiten, wo du und ich unseren Berufseinstieg gemacht haben. Man bekommt nur die Spitze des Eisberges davon heutzutage mit. In den Medien sind nur wirklich insoläre Themen abgebildet, wie zum Beispiel den Arbeitskräftemangel und das Bedürfnis nach Work-Life-Balance. Aber wenn man sich dieses Thema genauer anschaut, sind da enorme Veränderungen in den letzten 10, 20 Jahren gewesen. Jetzt konkret von den Zahlen her, studieren heutzutage mehr Menschen Jus oder damals mehr? Es gibt heutzutage nicht nur deutlich mehr Jus Absolventen als damals, sondern es gibt inzwischen auch viel, viel mehr Universitäten, an denen man Jus studieren kann. Erst kürzlich ist dazugekommen die SFU, eine Privatuniversität hier in Wien, die Uni Klagenfurt. Diese beiden Unis bieten als Neueste auf der Liste an ein Jus-Studium, mit dem man die Kernberufe der Juristerei machen kann. Und die Absolventenzahlen an den sozusagen etablierten Unis sind auch gestiegen. Was motiviert die jungen Menschen heutzutage Jus zu studieren? Ist es der Verdienst? Ist es die Aussicht auf eine gute Karriere? Ist es der Wunsch, Anwalt zu werden? Was ist es? Naja, da habe ich ein bisschen eine vom Mainstream abweichende Meinung, wenn man so möchte. Wie gesagt, die meisten Leute sehen das aus der Arbeitgeberwarte und beschweren sich fürchterlich darüber, dass die jungen Leute heutzutage halt total Wert auf Work-Life-Balance legen. Das ist auch so. Also das war vor 20 Jahren wahrscheinlich noch ein Thema, dass man sich nicht wirklich getraut hat, offen zu legen. Also Leute, die lange, lange studiert haben, gab es damals schon und die, die dann nach dem Studium noch ein Doktorat drangehängt haben, obwohl sie überhaupt nicht an der Lehre interessiert waren und dann vielleicht noch einen LLM, einfach nur damit nichts zum Arbeiten anfangen müssen, die gab es damals schon. Der Unterschied ist meines Erachtens, dass diese Gruppe gewachsen ist und andererseits, dass man sich heutzutage halt nicht mehr dafür schämt. Und was die Motivation selbst betrifft, sehe ich natürlich nur einen Abschnitt von den vielen, vielen News-Absolventen, die es heutzutage gibt. Und diese Leute, die zu mir kommen, das ist ja, wenn man so möchte, was die Motivation betrifft, Elite der Juristen. Sprich Anwälte oder Leute, die Anwälte werden wollen. Ein sehr großer Teil davon probiert es über die Anwaltsschiene, was durchaus legitim ist, weil man über diese Schiene wahrscheinlich die höchste Wahrscheinlichkeit hat, sozusagen aufzusteigen und Karriere zu machen. Aber auch das ist ein sehr, sehr gutes Thema, Florian. Man kann heutzutage mit Jus auch Karriere machen, ohne sich selbstständig zu machen. Großkanzleien zum Beispiel bieten, im Gegensatz zur Jahrtausendwende, sehr wohl die Möglichkeit heutzutage, eine realistische Chance, Equity-Partner zu werden. Bei Freshfield zum Beispiel wurden 20 Jahre lang vielleicht drei Partner in Österreich ernannt. Ist alles heutzutage nicht mehr so. Also das Möglichkeiten-Spektrum hat sich erweitert. Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, auf das Thema Equity-Partnerschaft, weil das ist ja sehr spannend. Das ist ein bisschen so eine Art unternehmerische Tätigkeit. Weißt du ungefähr, wie viele Leute derzeit Jus studieren in Österreich? Gibt es einen groben Überblick? Wie viele Zehntausende sind das? Die Zahlen sind exorbitant. Sie sind allerdings nicht besonders aussagekräftig, hauptsächlich wegen der Wirtschaftsuniversität. Dort studieren nämlich ganz, ganz viele Leute den Bachelor-Wirtschaftsrecht. Allerdings parallel oder zusätzlich zu einem betriebswirtschaftlichen Studium. Das vermischt sich dann in der Statistik. Und deswegen ist diese Statistik nicht sehr aussagekräftig. Spannend ist wahrscheinlich die Zahl der Absolventen. Und die liegt im bald schon mittleren vierstelligen Bereich, also bei 2.000, 3.000 im Jahr. Das heißt, junge Menschen, die das Jus-Studium wirklich abschließen. Richtig, ja. Und jetzt meine Folgefrage, wenn wir schon bei der Statistik sind. Wie viele davon entscheiden sich für den Anwaltsberuf oder für den Weg zum Richter? Und wie viele davon wollen in einem Unternehmen als Jurist arbeiten? Hälfte, Hälfte, oder? Nein, es gibt eine enorm große Zahl von Jus-Absolventen, die zunächst einmal die Berufsanwärter-Zeit der Rechtsanwälte machen, die sogenannte Konzipientenzeit. Die dauert wie lange aktuell in Österreich? Theoretisch braucht man fünf Jahre, um Rechtsanwalt zu werden. Die meisten von diesen Absolventen machen aber nur drei Jahre. Dann darf man nämlich die Rechtsanwaltsprüfung machen. Also streng genommen bereits nach zwei Jahren als Konzipient plus Gerichtsjahr. und hören dann wieder auf. Das sind fast 70 Prozent. Das heißt, man muss rechnen, vier Jahre Studium circa, oder? Wahrscheinlich, oder? Plus, minus? Ja. Plus drei, dreieinhalb Jahre. Noch einmal das Ganze. Das ist schon eine relativ lange Ausbildungszeit. Fast acht Jahre, oder? Das ist eine lange Ausbildungszeit. Durchaus vergleichbar mit der Zeit, die man zum Beispiel als angehender Arzt aufwendet, ja. Und so viel zum Thema Karriere-Turbo und hohe Karriere-Chancen in dieser Zeit. Wenn du dann Gerichtsjahr machst, etc., verdient man wahrscheinlich nicht viel Geld, oder? Da sprichst du natürlich ein bisschen einen wunden Punkt an, ja. Ebenfalls wieder ganz ähnlich wie bei den Medizinen verdient man jetzt während des Gerichtsjahrs ganz besonders. Aber wenn wir uns ehrlich sind, auch als Konzipient noch nicht das ganz große Geld. Der Grund, warum es trotzdem so viele junge Juristen machen, ist, dass man eben mit der Qualifikation, ich habe die Rechtsanwaltsprüfung in der Tasche, gleich einen wirklichen Startvorteil, auch in der Privatwirtschaft und sogar im öffentlichen Dienst hat, im Vergleich zu Leuten, die direkt nach dem Studium und vielleicht dem Gerichtsjahr ins Unternehmen wechseln. Und wenn man die Karriere als Anwalt jetzt dann noch fertig machen möchte, dann könnte man bei einer Anwaltskanzlei Arbeit und dann eben auch Equity-Partner werden. Vielleicht kannst du das Thema Equity-Partner kurz erklären, wie das funktioniert. Anteile einer Rechtsanwalts-GMPH oder wie funktioniert das technisch? Nun, in Anwaltskanzleien ist es ein bisschen so wie im öffentlichen Dienst der Monarchie. Wenn man kein Geld zum Hergeben hat als Arbeitgeber, dann gibt man Titel her. Und so hat es sich bei den Anwälten zum Beispiel etabliert, dass man halt am Anfang der Junior-Associate ist, dann der Nu-Associate, dann nach der Rechtsanwaltsprüfung der Senior-Associate. Das ist so wie im Investmentbanking bei uns. Ist das gleich auch so, ja. Dann ist man halt Council, dann ist man ein Salary-Partner und die Krone in der Kanzlei ist dann sozusagen der Equity-Partner. Erst der Equity-Partner ist derjenige, der dann tatsächlich am ausgeschütteten Gewinn jedes Jahr partizipiert. Und die Equity-Partnerschaft wird den jungen Juristen sehr gerne wie eine Karotte vor die Nase gehalten. Und für viele junge Leute ist das auch tatsächlich der Motivator. Also die gehen deswegen in die Anwaltskanzlei, weil sie halt in einer der großen Anwaltskanzleien Equity-Partner werden wollen. Muss sich der junge Jurist dann auch einkaufen? Also muss der Geld hinlegen? Oder kriegt er das wie einen Bonus sozusagen, diese Anteile dann übertragen? Das ist unterschiedlich. Es gibt auch Kanzleien, in denen man die Anteile an der Gesellschaft gratis oder quasi gratis bekommt. Es gibt Kanzleien, wo man theoretisch, also auf dem Papier, einen Geldbetrag auf den Tisch legen muss. Praktisch wird dem zukünftigen Partner dafür allerdings ein Darlehen zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es noch das sozusagen klassische Modell, von dem du gesprochen hast, dass man wirklich eigenes Geld auf den Tisch legen muss, mit dem man sich einkauft. Ich glaube, der Unterschied zu einer klassischen unternehmerischen Beteiligung, wie ich das verstehe, ist, dass du de facto, solange du Equity-Partner bist, auch sozusagen verpflichtet bist zu arbeiten. Oder wenn der jetzt sagt, ich bleibe nur noch Equity-Partner, ich mache nichts mehr, ich will mir da meine 5% Dividenden kassieren, das würde nicht funktionieren, oder? Auch da gibt es unterschiedliche Modelle, aber du hast natürlich recht. In der Regel ist es so, wie du es gerade beschrieben hast. Üblich ist allerdings nicht eine starre Beteiligung anhand der Einlage, die man seinerzeit geleistet hat, als man Partner geworden ist, sondern üblicher ist ein Punktesystem. Das heißt, es kommt nur eher untergeordnet darauf an, wie viel Geld man auf den Tisch gelegt hat. Primär kommt es darauf an, wie viele Punkte man erworben hat. Und für die Punkte wiederum sind auch wieder unterschiedliche Faktoren maßgeblich. Die Seniorität innerhalb der Kanzlei, die Mandanten, die man akquiriert hat, die Umsätze, die man mit seiner Arbeit generiert hat. Wir reden ja sehr, sehr offen über Geld hier bei Ballast Capital. Und man hat auch gehört, dass Juristen, wenn sie Equity-Partner sind und sehr erfolgreich sind, auch durchaus mit dem Job zum Millionär werden können, was sie eben gut und nachhaltig verdienen. Würdest du sagen, ist das heute auch noch immer realistisch? Kann man Millionär werden, kann man wirklich gut verdienen als Equity-Partner, der erfolgreiche Anwalt? Definitiv. Also es gibt sicherlich heute mehr Anwälte, die einen siebenstelligen Betrag verdienen, jedes Jahr aufs Neue, als es vor 20 Jahren der Fall war. Das ist natürlich alleine einmal der Mathematik geschuldet. Es gibt heute 7000 Rechtsanwälte in Österreich. Um die Jahrtausendwende waren es noch nicht einmal halb so viele. Aber zusätzlich dazu sind auch die Optionen heutzutage eben ganz, ganz andere. Rechtsanwälte werden heutzutage in Bereichen herangezogen, die halt von 20 Jahren absolut überhaupt nicht rechtsanwaltliche Domäne waren. Teilweise nehmen wir hier sogar den Investmentbankern ein bisschen was an Arbeit weg. Du meinst, wenn es um Transaktionen geht, M&E-Transaktionen, M&E-Begleitung etc., Datenraumbegleitung, alle diese Sachen im Bankbereich, KYC, Compliance-Themen, oder? Richtig, ja. Compliance ist natürlich ein ganz, ganz großes Feld. Früher war, ganz früher war der Rechtsanwalt lediglich für das Führen von streitigen Prozessen zuständig. Wir sind beide ein bisschen zu jung für diese Zeiten, aber so hat es sozusagen angefangen. Von dort wurde das Spektrum dann erweitert auf das Durchführen von Legal Due Diligences vor einer Unternehmens-Transaktion. Und inzwischen sind wir in einer Zeit angelangt, wo, du sagst das richtig, der Rechtsanwalt mit einer sehr breiten Palette von Tätigkeiten betraut wird, die früher halt teilweise den Bankern vorbehalten waren, teilweise den Steuerberatern, ja mitunter sogar ein bisschen den Wirtschaftsprüfungen. Wie schaut es mit Absolventen aus? Jetzt sage ich, ich beende mein Studium. Ich will jetzt nicht sozusagen in Richtung Rechtsanwaltsprüfung gehen, sondern ich möchte gleich mit dem abgeschlossenen JUS-Studium arbeiten. Welche Karrierechancen haben solche Menschen? Auch diese Karriereoptionen gibt es. Ich habe es vorher schon angesprochen, die Selbstständigkeit ist nicht der einzige Weg, wie man mit JUS-Karriere machen kann. Und eine In-House-Karriere ist natürlich eine von vielen Möglichkeiten. Wie gesagt, ich glaube, dass es ein etwas einfacherer Weg wäre, sich eine Zusatzqualifikation in Form der Rechtsanwaltsprüfung zu holen, weil das einfach von vielen Leuten, ich möchte sagen zu Recht, als Qualitätssiegel betrachtet wird. Wenn man sich aber dafür entscheidet, dass man doch direkt nach der Uni oder allenfalls noch nach dem Gerichtsehendenunternehmen geht, sind wahrscheinlich dieselben Faktoren wichtig, wie auch zum Beispiel in einem der klassischen juristischen Berufe. Man braucht ein Netzwerk, in dem Fall wahrscheinlich eher das unternehmensinterne Netzwerk, auf das man achten muss. Man muss gewisse Soft-Skills, aber auch technische Skills schärfen und man muss sich selbst als Marke ein bisschen verkaufen können. All diese Faktoren sind als Rechtsanwalt sehr wichtig und zwar ungeachtet dessen, ob man in einer großen Kanzlei Partner werden möchte oder sein eigenes Ding durchzieht sozusagen. Und es ist, wie gesagt, nicht anders in einem Unternehmen. Also mit einem abgeschlossenen Jusstüben kannst du de facto beim Konzern arbeiten oder bei einem mittelgroßen Unternehmen, die eine eigene Rechtsabteilung haben, zum Beispiel? Es muss nicht einmal eine eigene Rechtsabteilung sein. Man kann mit Jus auch in anderen Bereichen Karriere machen. Kannst du ein paar Beispiele nennen, was soll im österreichischen Mittelstand interessant wäre für einen Jus-Absolventen? Nun, vielleicht im Mittelstand nicht, aber ein anderes Beispiel, das sich geradezu aufbringt, ist Compliance. Große Unternehmen unterscheiden inzwischen immer zwischen einer Rechtsabteilung und einer Compliance-Abteilung und in den Compliance-Bereich einzusteigen. Da ist sehr viel Potenzial nach oben und die gläserne Decke ist fast nicht vorhanden, weil von der Compliance-Abteilung in den Vorstand ist nicht unmöglich. Also dort ziehst du gute Karrierechancen, wenn einer sagt, ich möchte nicht Anwalt werden, ich möchte diesen Weg als professioneller Manager, Vorstand etc. auch karrieremäßig gehen. Absolut, ja. Das ist durchaus eine Option und die jungen Leute, die zu mir kommen in meiner Funktion als Präsident des Juristenverbandes, das sind meistens die Leute, die diesen Biss haben. Die kommen deswegen zu mir, weil sie spüren, weil sie sehen, die stehen gerade am Anfang von etwas Großem und die möchten jemanden, der sie da ein bisschen an der Hand nimmt und ihnen den Weg weist. Kann heute jeder Absolvent zu dir kommen und sagen, bitte Alexander, gib mir Tipps, mach mir ein bisschen Brainstorming, zeichne mir auf, wohin die Karriere gehen kann? Grundsätzlich einmal ja. Aber ich bevorzuge selbstverständlich die Mitglieder des Juristenverbandes, die bekommen schnell einen Termin von mir und denen verrechne ich selbstverständlich auch nichts und bei denen gibt es natürlich auch eine umfassende Nachbetreuung. Gibt es auch Juristen, die sich dann einfach selbstständig machen und ein Startup gründen und irgendein technisches Produkt entwickeln, was ihnen einfach auch Spaß macht oder sieht man das selten? Technische Produkte sehe ich sehr, sehr selten. Was es aber sehr wohl gibt, ist junge Juristen, die sich selbstständig machen mit einer anderen guten Geschäftsidee, etwas nicht technischem. Ich arbeite sehr gerne mit einem jungen Juristen zusammen, der eine ganz exzellente Plattform für Jobvermittlung für Juristen gegründet hat. Ich kenne Unternehmensberater, die sehr, sehr erfolgreich sind, alles Juristen. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Vorteile eines Jus-Studiums, dass man damit in wirklich ganz, ganz viele Bereiche vordringen kann und der Arbeitsmarkt ist dafür inzwischen auch offen. Also diese Gedankenwelt, in welcher die Juristen nur in den öffentlichen Dienst und allenfalls noch in die klassischen juristischen Berufe gehen konnten, diese Zeiten sind vorbei. Weil du angesprochen hast, jetzt öffentlicher Dienst, das heißt, es wird auch sehr gerne gesehen, dass Juristen in staatsnahe Betriebe kommen, oder? Oder zu Gewinde, zum Bund, etc., zu den Ministerien. Ist das jetzt auch noch immer so en vogue? Das gibt es natürlich immer noch, ja. Der klassische Weg dorthin ist über ein Verwaltungspraktikum, das übrigens inzwischen nicht schlecht dotiert ist. Und das ist, möchte ich jetzt einmal sagen, nicht die klassische Juristenkarriere. Also es ist ein Ziel, das sehr viele Juristen anstreben. Aber das wäre für mich jetzt nicht etwas, was ich mit dem Begriff Juristenkarriere assoziiere. Man fühlt ein gutes Leben, man verdient kein schlechtes Geld, aber es ist jetzt nicht das, was die jungen Leute, die zu mir kommen und eben ein bisschen Guidance suchen, üblicherweise erwarten von ihrem Berufsleben. Obwohl theoretisch Justizministerium und Karriere dort und vielleicht später auch sogar in die Politik, wäre auch eine Möglichkeit, oder? Ist durchaus möglich, aber du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Da spielt dann weniger das eine Rolle, was man üblicherweise braucht, um eine erfolgreiche und schnelle Karriere zu machen, sondern das spielt dann mit unter anderem Faktoren eine Rolle. Jetzt hört man überall in den Zeitungen und in den Medien, es gibt de facto immer noch einen Fachkräftemangel. Das heißt, es fehlen qualifizierte Menschen, die mit einer guten Ausbildung beruflich Fuß fassen wollen. Ist das bei den Juristen auch so? Gibt es jetzt de facto zu wenig Juristen? Das sehe ich ebenfalls ein bisschen differenzierter. Die Zahl der Juristen ist, wie gesagt, enorm hoch. Also von der Zahl der Personen, die das erforderliche Studium absolviert haben, kann man definitiv nicht von einem Fachkräftemangel sprechen. Was das Problem für diese Arbeitgeber, die du da zitierst, ist, ist der Umstand, dass sehr viele Leute inzwischen nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen. 1,3 Millionen Menschen in Österreich arbeiten Teilzeit. Und dass jene Leute, die Vollzeit arbeiten, trotzdem keine Karriere anstreben. Diese beiden Gruppen gibt es. Diese beiden Gruppen verstecken sich heutzutage nicht mehr. und ich glaube, das ist in Wirklichkeit der Grund für einen Fachkräftemangel, den es aber sehr wohl auch für Juristen gibt. Da hast du natürlich recht. Wir sitzen ja hier in unserem Büro unweit vom Juridikum. Also es sind ja ein paar Schritte entfernt. Ich sehe da oft sehr, sehr viele Studenten, die sich dort sammeln. Ist das Studium an sich jetzt noch up to date? Also hat man den Studiumplan angepasst, dass man es auch sozusagen auf die jetzige Situation wie künstliche Elegenz, digitale Welt etc. angepasst hat oder ist es noch ein bisschen so alte Schule? In mancherlei Hinsicht ist das Juridikum wahrscheinlich schon noch das, was du zu Recht alte Schule nennst. Es gibt allerdings auch Neuentwicklungen, die man auf jeden Fall sehr begrüßen muss. Zum Beispiel bietet die Uni Wien jetzt auch ein Bachelorstudium und Masterstudium an, wohingegen das klassische Studium ja immer noch ein Diplomstudium ist, das man mit einem Magister abschließt. Besagtes Studium Bachelor, Master ist noch dazu spezialisiert auf internationales Recht. Also es gibt da schon Bewegung, aber wahrscheinlich ein bisschen langsamer als jetzt in der Betriebswirtschaftslehre. Kommen wir jetzt auf die EU-Öffnung, auch internationale Juristen zu uns. Spürt man das? Ist das ein Thema? Konkurrenz am Arbeitsmarkt etc. oder nicht? Ja, auch sehr guter Punkt. Eine weitere Universität, die ich vorhin in meiner Aufzählung nicht genannt habe, ist die CEU, die Central European University. Auch dort werden juristische Studien angeboten. Auf Englisch allerdings keine solchen, die den Zugang zu den klassischen juristischen Berufen erlauben. Und was die Personen betrifft, die im Ausland ein Studium absolvieren und dann nach Österreich kommen, ja, auch da gibt es eine viel, viel größere Zahl als noch vor 10 oder 15 Jahren, allerdings auf einem niedrigen Niveau. Also prozentuell hat sich das vervielfacht, allerdings sind die absoluten Zahlen immer noch relativ niedrig. Wir haben in Österreich leider eine sehr, sehr schlechte, flächendeckende finanzielle Bildung. Wie schaut das bei den Juristen aus? Sind die generell interessiert, was Finanzen anlagert? Kümmern die sich um ihre eigene Geldanlage etc. um ihre finanzielle Freiheit oder sagen die, ich bin Jurist und die lagern das aus? Dadurch, dass, ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel Rechtsanwalt, dadurch, dass es eben früher viel, viel leichter war als etablierter Rechtsanwalt Geld zu verdienen, war es früher auch viel weniger wichtig, dass man finanzielle Bildung hatte. Man ist bereits in den späten 30ern, spätestens mit den frühen 40ern vom Finanzieren ins Investieren gekommen, um es jetzt aus der Bankersicht zu sehen. Bis Mitte 30 oder um die 40 war man noch auf die Bank angewiesen, ab da nur mehr in der Form, dass man sich vielleicht irgendetwas gekauft hat und die Bank managen hat lassen. Diese Zeiten sind wie gesagt vorbei. Man muss definitiv inzwischen auch wirtschaftliches Kalkül mitbringen, um erfolgreich zu sein. Und dementsprechend sind die vorhin erwähnten erfolgreichen Rechtsanwälte sicherlich auch die Rechtsanwälte, die sich mit Geld auskennen. Ganz eindeutig. Du bist ein eingetragener Rechtsanwalt, bist auch sehr, sehr fleißig. Also ich weiß, du arbeitest sehr viel, bist sehr fokussiert, hast eine eigene, sehr, sehr gut gehende Kanzlei, die auch international aufgestellt ist. Was machst du mit dem Geld, was dir übrig bleibt? Wo investierst du das? Ich bin in dieser Hinsicht ein kleiner Feigling. Ich habe vorwiegend in Immobilien investiert. Ich war vorübergehend auch ein bisschen in Kryptowährungen investiert. In welche hast du investiert? Aufschnittlich Bitcoin, ja. Und schon wieder verkauft? Rechtzeitig verkauft. Nicht zum optimalen Zeitpunkt, aber zu einem Kundenseitpunkt. Ich war ein bisschen in Wertpapiere investiert, allerdings inzwischen vorwiegend in Immobilien, allerdings dankenswerterweise mit langen Fixdienstperioden. Das ist sehr, sehr umsichtig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch auf einen Drink und dich werde dich ein bisschen motivieren, dass du wieder in Kryptowährungen und in andere Produkte investierst. Sehr gerne, das machen wir. Alexander, danke für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Danke dir. Liebe Zuseher, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und investieren Sie smart.